Es ist wieder Zeit, eine finale Form anzu... Hat der weich Nackt da drunter? Ja, das ist 100%, aber beim anderen Video reicht nicht. Reicht das nicht so eigentlich? Nee. Scheint der eigentlich eh hier nur ab. Nee. Oh, ich hab eine Nackensperre. Sieht man mich hier? Wunderbar. Ja? Sieht man mich? Kann man diese Teppich-Texture nicht jetzt über das Grün legen und man sieht mich gar nicht mehr? Cool, danke. Ey, dieses T-Shirt ist so dick. Danke. Nicht kaputt machen, Thomas. Du musst hier, und du musst hier zuziehen. Ja, ich ziehe ja zu. Es geht einfach kein bisschen zu. Kann nicht sein, dass du so weiter... Es geht einfach kein bisschen zu. Mach es doch einfach zu. Willst du jetzt selber ziehen und dann merken, dass es nicht geht? Das geht nicht. Boah, der ist sehr eng für L. Sehr gut. Perfekt. Timo. Aber jetzt kommen wir zu einem Video, das sich viele von euch gewünscht haben. Nämlich hat jemand mein HIT-Workouts gemacht. Wow. 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 Das ist absolut krass. Also da können sich viele in der Scheibe abschneiden. Ich bin heute nicht alleine. Du bist wunderschön. Wir sind erwachsene Menschen. Ja. Thomas hat Fotos rausgesucht. Das ist Thomas. Hallo, Thomas. Hi. Sehr, sehr weird hier mit euch beiden. Sehr weird. Was? Was? So, was geht ab? Ich würde ja auch schon ein Goku drauf. Kami. Mir gefällt das. Wir haben jetzt wieder diverse Fotos, denen wir jetzt Leben schenken werden. Ist das richtig? Ich habe aber auch die Macht, dass ich mit dir machen kann, was ich möchte. Du wirst gerade geboren. Achso. Lass deine Geburt nachstellen. Boa, Eugen, waschallah. Ich muss mich einmal spiegeln. Genau so ist der in WeLife auch, Eugen. Echt? Ja. Nein. Ich habe sie richtig hart von hinten genommen. Ich will auch mal Eugen sein. Eugen ist so ein bisschen, der redet schon ein bisschen härter so. Ja, was, Bruder? Oh mein Gott, so sieht es richtig schlimm aus. Sieht so breit aus. Holy shit. Das sieht richtig gut aus. Eugen. Ja. Liebst du mich? Boah, weißt du, was sie jetzt machen können, weil wir zu zweit sind? Mind Explosivo. Wird mal auch, aber entgegengesetzt. Das ist so weird. Das ist voll hypnotisch. Das bin ich. Oh, süß. Kennst du Finn Kliemann? Ja, er sagt mir was, aber ich... Aber das ist er nicht. Also, ist das ein Kompliment? Du wärst echt ein hübscher Mann. Wenn ihr fände, dass ich ein hübscher Guy wäre, dann schreibt es gerne in die Kommentare, meine Freunde. Wenn du ein hübscher Guy wärst, wärst du bestimmt eine hübsche Frau auch. Ja, ich stelle mir das auch gerade so vor, ich als Mutter mit Juma haben. Das ist witzig. Oh mein Gott. Ich bin auch noch da. Sei du mal ich. Boah, wär ich schön. Ja, ich bin Julian und ich gewinne ganz viele Preise und ich bin eigentlich auch was viel besseres als überhaupt irgendwer. Das ist richtig. Wie macht Hanno? Ich wär so ein Deprihund. Oh, Falko, du bist mein größter Schatz. Ich lieb dich mehr als alles andere. Dann kennst du ihn hier. Oh, wie geht's dir da drüben. Ja, wir hatten so einen Nippel-Podcast. Und dann reden wir über alles und wir machen das Cash. Du kriegst gerade deine Beförderung. Ich bin aber nicht in die Achsel. Willst du Julia sein? Nein, du bist Joey. Joey kennst du besser. Aber es sieht bestimmt richtig. Ich glaube, ich sehe richtig fesch aus seinem Gesicht. Ich kann nicht mehr, Papa. Ich bin müde. Ich habe noch nicht für die Schule gelernt, Papa. Aber ich kann nicht diesen Tick-Long-Bürst drehen. Girl, reiß dich zusammen. Oh mein Gott. Wie bist du bitte schön aus meiner Gebärmutter rausgekommen? Mama. Oh shit. Seitdem du da bist, kann ich nicht mehr sitzen. Dein Vater fasst mich nicht mehr an. Ich bin Julian. Ich bin Schö. Die ist wirklich schön, ne? Wisst ihr was, was ich euch echt extrem böse nehme? Next Level Event mit Marvin Juma auch da. Meine Schminke war übel verschmiert. Keiner sagt es mir. Julia, nach sechs Stunden Event sieht immer noch perfekt aus und ich sah aus wie ein A**er. Und keiner hat es mir gesagt. Ähm, ich habe dir gesagt, dass du kacke ausziehst. Jeden Tag aber. Soll ich dir sagen, dass du mein Zettel steht? Ja, was denn? Okay, soll ich den Witz vorab? Warte, ich gucke selber. Okay, da steht drauf. Gülden geht die Sonne auf. Silber will ich hinfliegen. Frisch gebumst steht Julian auf. Rezo bleibt noch liegen. Wo kam der denn jetzt her? Darf ich die Katze sein? Ja. Komm her. Mal auf. In meinen Armen. Was mein Empfehlern? Würdest du eine Katze kaufen, die so aussieht, war sie? Ja, definitiv. Würdest du einen Menschen kaufen, der so aussieht? Kaufen ja, aber ich würde nicht mit ihm zusammen sein wollen. Nächstes Bild. Wen haben wir noch hier? Warte, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Schau dir mal das hier an. Perfectly synchron. Wie ist das denn so, seriöser TikTok-Star zu sein? Also wir antworten immer synchron. Also es ist schon sehr anstrengend, aber wir geben unser Bestes. Wir machen immer die aktuellsten Trends. Hey, du kannst ja nicht meine Exis. Ey, Alter, du, das sieht so schrecklich aus. Darf ich deinen Sack sein, der viel zu groß ist, weil du im Lockdown nicht raus durfst? Welches Jahr haben wir? Ey, Freund, kannst du mal wieder ein bisschen Druck ablassen? Ich werde immer größer. Ja, okay. Nein, ich platze ja, du musst Druck ablassen, Mann. Ich muss eigentlich kleiner werden. Ich glaube, das wäre dein Körper. Ja, das ist mein Körper. Das müssen wir einmal nachstellen. Dann kann jeder reinschreiben, was er möchte. Zeig mal sein Gesicht. Okay, okay, ich weiß, wie das ist. Wenn ich meinen Furz unter der Decke inhalte, warte. You used to come here, my friend. Safe. Ich bin der Dicke. Hallo, Leute. Ich bin's. Oh, Mann. Ich bin verdicke geworden. Boah, mir ist so heiß. Ich muss meinen Oberkörper die ganze Zeit machen. Boah, der zieht sich echt oft aus, ne? Sehr erhabenes Bild. Ich stelle mich hinten an. Ich bin nur Besucher. Warte, warte, warte. Das passt perfekt. Warte, warte, warte. Ich wüsste nicht da haben die Lachen. Warte. Da vorne bist du im Museum. Fitsch. Jetzt ich, jetzt ich. Oh, mega, Leute. Oder einfach nur so guckst da hin. Und das Ding guckt dich einfach nur an. Mama, das Bild hat geguckt gerade. Nein, du bist dumm. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Oh. Ich mach nur den Bart. Kann das jemand bitte einmal so zeichnen? Da, alle mal hier rein. Kappa. Guck mal, du bist jetzt ein ausgestopftes Tier an der Wand. Und kannst gar nicht reden. So, Girls und Balls, mein neuer Iced Tea ist da. Und der schmeckt hervorragend, Alter. So reden sie nicht. Liebe Schewwiddles, ich hab neun Tee auf den Markt gebracht. Dirty. Und diesmal mit einer sehr nicen Überraschung. Heute die Schlaganfall-Version mit einer kleinen Überraschung, wenn man die Alufolie abzieht. Creepy as fuck. Fass mich an. Du rieb ich. Wie die Dinger, wo man draufhangen muss. Ich rieb ich. Währenddessen in einer weit entfernten Galaxie. Hol mich hier raus. Hol mich hier raus. Du bist so am Bett und du musst so tun, als würdest du so trauern. Aber ich kann doch auch der Hoden sein, der abgefallen ist. Du bist kein Hoden. Ich will aber Hoden sein. Du warst oft genug. Mit meinem letzten Atemzug sag ich nur eins. Komm auf die Insel. Ich vererbe dir rein gar nichts. Simons letzte Worte wären. Investiert in Dogecoin. Kameramann ist noch grad da. Ich muss meinen Schädel viel kleiner machen. Komm mir nicht so nah. Geh mal ein bisschen zu. Das ist doch ein schönes Abschlussbild. Wir wünschen euch allen drei ganz viel Glück. Guck mal, wir gehen jetzt auf Twitch.tv. Wer ist denn? Ach, der Rewi macht, der streamt. Sie hat da noch Pause, der Junge. Wie bewegt sich wirklich wenig? Ja, das ist ja ganz so. Oh, Digga. Oh, Digga. Wir sollten dir eigentlich keine Helme an. Wir sind in Deutschland. Okay, ja, sauwe. Das Video, das er noch Facebook hat, finde ich saustrange. Irgendwie ganz komischer Typ. Also, Rewi mag ich an sich eher weniger so. Aber ich glaube, da bin ich ja nicht die einzige Person hier auf Twitch. So, jetzt Größe, mach die Größe, mach die Größe. Oh, so. Ich bin die Mautz. Boah, das wird schwierig. Wir müssten halt essen, ne? Imagine, bro. Zwölftausend Leute gucken uns ruhig, wir essen. Okay, wir sind so grenztibel einfach. Ich will einmal ein Happen jetzt hinbekommen. Stong, Digga. Pack aus Schmeeeeeackt. So, machen wir die Abmoderation. Gnu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt... Lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was man als nächstes für lustige Dinge tun könnte. Ach, die müssen das nicht machen. Doch, das machen wir. Nein, das müsst ihr nicht machen, nein. Setz dich nicht unter Druck. Nein, ist kein Druck. Die haben schon so viel, die haben Hausaufgaben auch. Ach, das ist kein Druck. Maxis Lieblingskuscheltier und wir haben das vorhin den Kopf abgerissen. Dann hat das seit seiner Geburt. Der ist ihm extrem viel wert. Pssst. Rats me from my winter hell. I've got camels and candy. I can be your daddy. If you only let me creep into your prison cell. Hey baby, can you tell? I'm not a criminal. Your treasure seminal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017